Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battlefield Hardline mit dem Dey und mir und diesmal auf Seiten der Polizei. Ich guck jetzt mal, ich glaub ich von hier aus auch die P90, äh, na shit, zu spät. Ja, die K10 gilt ja wirklich als stärkste Waffe mit, zumindest auf die kurze Entfernung. Auf die längere ist natürlich dann absoluter Müll. Ja, dafür jetzt auch zu wenig Munition. Ja, 25 Schuss im Lauf ist schon geil eigentlich, aber zu wenig. Voll die gute Aussage. Oh Gott, jetzt bin ich hinter ihm gleich. Typical kill. Typical? Mit der Granate, ja. Geil. Diesmal hab ich mal klapperweise in eine Granate reingeschossen, oder was? Ein Double kill? Ne, Doppel, aber doppelt mit der Granate. Aha, Trusor verteidigt. Yay. Diesmal haben wir uns wirklich gut gehalten, hier vorne am Anfang. Ja, selten, dass man das schafft. Ich hab direkt hier Vorteil. Schutzweste. Ja, wenn er gleich so ein Double kill warst oder sowas, dann kriegt man echt gut, äh, Erfahrung, ne? Ja. Dieser Ruf. Oh, oh. Aber hattest du schon mal mehr als zwei? Ähm, nee, zwei war das höchste. Es gibt ja vier. Ja, das ist schon krass dann, ne? Oh nein. Oh nein, ich bin bei dir gespawnt. Ja. Und der hat uns gleich beide mit der Shotgun erwischt. Ja, ja. Oh mein Gott, ja, ja. Aber jetzt wissen wir, wo sie stehen. Oh, die machen wir uns auch gerade komplett. Ja, ja. Krass, aber wir haben uns so gut gehalten am Anfang. Wir sind beide echt gut durchgekommen. Wir, ne, ich meine ja, die waren ja echt stark, ja? Aber jetzt das Problem war, dass irgendwie alle uns hinterhergelaufen sind. Und da ist schon wieder einer von denen da oben. Und da steht wieder ein Sniper direkt oben auf dem Dach hier. Oh ja. Ich finde das so lächelig. Ja, ich finde das ultra lächerlich. Aber naja. Ey, ohne Scheiße, das sollte man, nee, das sollte man disablen. Ich finde, das ist eine Position, da, da stehen zu können. Man kann ja nicht wirklich was dagegen machen. Oh fuck, die sind schon... Sind die auf der anderen Seite durchgekommen? Im Ernst? Scheiße, die sind auf der Rückseite durch. Scheiße, der hat mich gesehen. Fuck. Jetzt habe ich gedacht, ich kann ihnen vielleicht Messer an den einen. Wir jagen gerade das Dach in die Luft, das wieder reinkommt. So, Carrier down. Ja, ich habe es gesehen. Hinter uns sichern. Wir können theoretisch auch den Helikopter kaputt machen, ne? Ach, Scheiße, habe ich echt noch einen erwischt. Ja, ja, habe ich schon mal probiert mit dem Granaten. Da brauchst du aber eine ganze Menge. Der Raketenwerfer killt ihn aber ziemlich gut. Ja, okay. Der Raketenwerfer ist auch ein anderes Kaliber. Achtung, die kommen gleich drei oder vier kommen auf dich zu. Ich bin gleich bei dir. Oh nein. Hab ihn. Gut. Ach, Scheiße. Was hat der denn für ein Bild? Dieser Kerl, der über die Darmentoilette guckt. Die Männer, die über die Darmentoilette guckt. Ja, es waren zu viele da. Ich muss auch dazu sagen. Oh, wir haben gewonnen. Ja, ja. Oha. Ja, ne. Die haben gerade, da waren einfach fünf, sechs Leute, die dann einfach durchmarschiert. Das war ein bisschen sehr krass. Ja, unsere Leute haben da nicht so wirklich geschaltet, ne? Ja. Ne, das gegnerische Team hier ist, das ist nicht so stark, aber die spielen einfach stark zusammen. Lol. Das sind Leute weniger. The fuck? Das ist irgendwie doch etwas krass, ja. Ja, von den Rängen her ist es eigentlich auch verhältnismäßig ausgeglichen. Wir haben sogar einen der 50 ist bei uns drin. Ja, aber fünf Leute weniger zu dem Zeitpunkt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die bei uns sehr eigensinnig gespielt haben, so wie es aussah. Die hatten... Sind wir jetzt schon wieder? Ja, wir sind ja Polizisten. Lol, warum sind wir jetzt doppel... Ist das immer Doppelrunden? Ach, vielleicht ist das immer Doppelrunden oder sowas. Aber dann kann man ja gleich noch eine Folge, eine Runde hinterher schieben. Ja, klar, die war jetzt so kurz, ja. Naja, das war... Am Anfang sah es total gut aus, ja. Ja. Aber es hat immer mehr dann nachher die Punkte verteidigt, wo abgegeben werden muss. Ja. Am Anfang haben wir es super gehalten, aber dann ging es echt scheiße. Als Polizist nehme ich übrigens gerne den normale Granate. Und als Terrorist den Molotow, weil da will ich eher so ein Gebiet abdecken. Aber irgendwie habe ich das hier mit dem Molotow auf der Seite von dem Typen nicht so raus. Nee. Nee. Klar, wie schnell sind die denn hier durch? Ja. Wenigstens Hilfe zählt als Kill. Ist auch direkt gestorben? Nee, ich bin da. Gut. Noch. Okay, warte. Ich bin direkt da. Überlebe, überlebe, überlebe. Ich bin da. Okay. Was hast du auszuschalten? Hast du? Ich kann nicht durch das Fenster schießen, das ist Panzerglas. Ja. Ich wollte gerade, ich habe gerade auf den einen geschossen die ganze Zeit. Hinter uns ist einer. Ja. Uiuiui, da habe ich aber ganz schön erschrocken, obwohl ich wusste, dass er da ist. Hast du den in den Tresorraum zurückziehen? Ja. Wo ist der rein? Hast du zugemacht schon? Okay. Ja. Super. Jetzt hast du unsere Leute ausgeschlossen. Was bringt uns das jetzt? Jetzt sind wir hier drin. Ja, aber wenn die reinkommen, dann geht es. Ja, aber wir können die jetzt von außen. Ach nee, doch nicht. Ja, toll. Get it. Alter, geh zu, Tür. Komm rein, 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 rein. Ich bin da schon drin, ich sitze hinter dir. Wir müssen nur aufpassen, dass uns nicht gleich die Decke auf den Kopf fliegt. Ach ja, stimmt ja, da war ja auch noch was. Und hinten die Wand aufgeht. Ah, Gottes Willen, die sind ja nicht so eine absolute Todesfalle. Aufpassen, hinter dir kommt einer. Auf der Rückseite, also von links aus dem Tresor ausgesehen. Nein, mit Tod. Ich nehme noch und ich mache die Tür zu. Okay, ja. Kommt einer zum Tresor. Können die es von außen aufmachen? Ja. Sonst wäre es auch echt hart, oder? Ich habe zwei erwischt, aber scheiße. Ich dachte, dass sie vielleicht von außen aufsprengen müssen, aber von innen kann man es öffnen, weißt du? Wenn die einmal den Einbruch quasi gemacht haben, dann haben die auch. Ach so. Ah, okay. Ja, ich fand meine Variante aber auch ganz cool, sodass man halt sagen kann, okay, du kannst es immer von innen aufmachen. Ich fange sie ab. Ich gehe auch, ich gehe nach, ach, rennen die beiden nach links? Das macht ja gar keinen Sinn. Der eine rennt nach oben, oder irgendwo hin. Hä? Ich habe ihn, den Trigger. Gut. Der andere darf nach drüben noch. Ich habe ihn auch. Okay, gut. Und in den hat jemanden anders erwischt. Aber auf jeden Fall sind beide tot. Das andere Package ist ziemlich weit schon drüben. Okay, ich komme zu euch. Ich finde es so lustig, wie ja total viele mit diesen Taglights rumlaufen, sich da in Ultra verraten. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn hier auf dem Map. Weil es ist ja nicht so, dass es hier dunkel ist. Ja. Oh, beide Packages noch mitbekommen. Die Abgabe davon. Ja, 1000 Punkte mal. Geil. Wir sind aufs Dach. Ich glaube, die sind gerade auf dem Dach. Ja, ja. Genau. Aber beide? Ich weiß nicht, können die beide an einen abgeben? Ähm, nee, ich glaube nicht. Scheiße, die haben es. Shit, da war einer hinter mir. Eins haben sie abgegeben. Das heißt, das andere, glaube ich, müssen sie beim anderen Punkt abgeben. Wenn ich mich nicht ganz irre. Oh nein! Einer holt das Paket. Hab's. Ach, du lagst noch ein bisschen hinter mir. Ja, ich bin da gerade rausgekommen. Oh, fuck. Der hat es da hinten. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich komme nicht hinterher. Ah, super. Da hat es jemand anders erwischt. Ich habe immer noch das Sprayen. Ich bespreche immer noch mein Pony-Bild an die Wand. Wenn ich mich ducken will. Das Paket ist... Oh. Oh Mist, die haben es wieder. Oh. Hab's ja vier Leute gekillt. Das ist nicht schlecht. Das Auto ist in die Luft gegangen. Du wirst gleich, dass sowas funktioniert. Ich auch nicht. Aber es waren trotzdem zu viele. Scheiße. Ja, so viele ist schon hart, Alter. Ja, die standen alle im Auto. Das war der Vorteil. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin da gestorben. Oh, hab ich dich gekillt? Nee, das geht nicht, oder? Nee, nee. Ich bin da vorher gestorben gewesen. Wir dürfen sie auf jeden Fall nicht... Oh, die haben ja... Okay. Nicht die Kontrolle übers Dach überlassen. Scheiße. Das kopfst du mich an, als ich nur so wenig Munition drin habe. Nicht momentan hat ich schon so mehr, hätte ich sie alle erwischt. Die kommen... Die gehen rüber zum... Die zwei letzten gehen mit dem Packet. zur Abgabe. Ja. Auf dem... Du weißt schon wo. Ja. Oh nein, ich bin gestorben. Scheiße. Oh! Ich hab ihn getötet, glaub ich, mit der Granate. Ich weiß es ja nicht genau. Oh, einer räumt hier gerade das komplette Dach von dem Gegner-Team. Ich bin bei dir. Gleich. Okay. Wenn du kannst, kannst du mir ein Madcat hinlegen. Super. Passt. Oh! Im Fahrstuhl, im Fahrstuhl. Im Fahrstuhl. Im Fahrstuhl war er und... Scheiße, hinter mir ist einer mit der Shotgun gewesen. Ja. Fuck. Oh oh. Die kommen quasi... Ich wollte ja... Gretz. Ach, scheiße. Ich wollte weg... ...snipe. Ja, ich wollte gerade spawnen. Die sind jetzt im Treppenhaus. Scheiße. Ja. Ärgerlich. Gewonnen. Okay. Ach, echt? Ah, oh. Ups. Natürlich nicht ärgerlich. Ja, die Tickets sind auch gelaufen. Oh, super. Aber damit auch... ...verabschieden wir uns für diese Folge. Hat ja dann noch mal funktioniert. Jo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. 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 Ciao.